Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Frau Deponte. Mein Name ist Schatzsiedler. Ich unterrichte in Kempf an der Universität. Und ich habe studiert in Sorbonne in Paris, wo mir der Franz von Mitterrand eine Art verliehnt. Ich weiss, ich weiss, aber was machen Sie in meinem Schrank, wenn ich frage im Nachhinein? Ich glaube, ich werde verfolgt von Russen Mafia. Und wo kann man sich sicherer fühlen, als im Schloss von einer Bundesanwältin. Wo? Ihr müsst wissen, ich habe ein Buch geschrieben über die Russen Mafia, die ja bei uns auch nur so wüten kann, wegen unseren Banken, die diese illegalen Gelder... Ihr müsst wissen, die genommen von Zürich, sie sind Täler der Potentaten der dritten Welt. Was macht ihr hier? Diese Base ist verbanzt und wird abgehört von der Russen Mafia. Ich dachte, sie können ihr Anliegen gleich selber vortragen. Das nimmt ja eine Ausmaß an, die in dieser Form unbedingt in einem kapitalistischen System möglich ist. Das hat mir auch der Fidel Castro bestätigt. Was ist da oben? Fidel Castro. Herr Castro, Herr Ziegler ist ganz Ihrer Meinung. Und schicken Sie mir doch wieder ein paar Havanna-Zigarren. Mein Chef Koller raucht die ab und zu, um den Filiger damit zu ärgern. Und was die Ruhe der Bank in dieser Raub-Guld-Affäre betrifft... Das können Sie dem Mossad, dem israelischen Geheimnis, erklären. Und was die Ruhe der Bank in dieser Raub-Guld-Affäre betrifft... Wo ist eigentlich Moritz Döjenberger? Entschuldigung. 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 Der Feind ist überall. Keine Sorge. Wir kennen unsere Feinde und haben die nötigen Gegenmassnahmen ergriffen. Dürfte ich vielleicht schnell mir Frauen anrufen und sagen, wo ich bin? Aber bitte. Bei Ihnen zu Hause ist die Moment besetzt. Ihre Putzfrau reserviert gerade einen Termin beim Coiffeur Hugo. Was? Ihr hört mein Telefon ab? Ich sagte Ihnen doch, wir wissen schon, wo unsere Feinde sitzen. Ja, aber das ist doch hundert. Hä? Herr Ziegler, nehmen Sie das da. Damit können Sie zu Hause anrufen. Ich brauche es nicht mehr. Das war einmal für Herr und Frau Kopp. Aber die hatten etwas dagegen. Hi, Mr. Präsident. Hi, Bill. Wo waren wir gestern stehen geblieben? Komm, jetzt. Ich habe dir geschildert, wie mein Wüstenhalter aussieht. Du warst rosa, spitze...